hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren folge plugtale innocence lasst ein abo und ein like da und wenn ihr wollt natürlich auch kommentare viel spaß du hast schlecht geträumt du bist du bist schon wach ja ich habe ganz viele sachen gefunden ich zeig sie dir sie werden dir gefallen was ist das für ein geräusch das ist lukas komm mit dann wirst du sehen gut vielleicht werde ich dann wacher hoffentlich hier unten ach ja die dinge die wir gefunden haben zumindest können wir sie so in diesem chaos nicht verlieren wir müssen diese strommatratzen zusammenflicken das sollte mir die sache erleichtern ich sollte bei ügo bleiben ich kann den rest auch noch erkunden hier scheint eine menge rum zu liegen hier kommt das eine fläche ja dann zeig mal kleiner ein grüner löwe der die sonne verschlingt hoffentlich keine prophezeiung die sonne beherrscht den mond anstatt sich mit ihnen zu vermehlen lukas oh da seid ihr ja gut geschlafen kein bisschen das labor ist runtergekommen aber hat mich inspiriert ich habe das große weg fast vollbracht und ihr könnt mir helfen oh ja 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 was sollen wir tun amicia ich brauche die fiole links auf dem tisch in ordnung und ich und ich was kann ich tun für den letzten schritt brauchen wir licht das muss eine kerze das schaffe ich hier hier den konzentrierten lorbeer saft direkt hinter mir ich hole ihn was ist ein großes werk was zum essen das ist ein elixier das sein pfad erleuchtet ein leuchtfeuer für den träger der makula es ist mir heute nacht eingefallen hier gut dann jetzt die engelsträne die krönung der alchemie das elixier das große werk das war eigentlich nicht geplant das macht nichts lukas vielleicht solltest du dich ausruhen oder uko gut gemacht lukas du bist ein zauberer amicia komm ich komme hast du eigentlich meli gesehen nein vielleicht ist sie schon aufgebrochen oh nein ich wollte mich doch verabschieden dieses chateau muss schon seit jahrhunderten lehrt der tiegel eines alchemisten da wird lukas sich freuen hallo wow komm amicia mach mit ah na habt ihr beiden spaß die inquisition sicher auch meli wir dachten du wärst weg komm wir müssen reden ja was ist denn dieses chateau ist eine ruine ah das ist genau was ihr braucht wer auch immer es gebaut hat wollte seine verdammte ruhe haben macht keinen ärger und alles wird gut also gehst du arthur holen wenn ich helfen kann arthur ist mein problem du hast es ja gehört diese hunde von der inquisition haben ihn in die bastion gebracht ich weiß wo ich suchen muss ich finde ihn sieh mal amicia und wegen uko ich weiß es ist nicht leicht aber glaub mir es ist es wert er wird dich retten letzten endes retten sie uns immer selbst wenn man brüdern ab und zu den hals umdrehen will die symbol amicia das glaub ich dir geh nicht ohne liebe wohl zu sagen ja als ob das meine art wäre amicia komm bitte ja uko was hast du gefunden da unten da ist die zeichnung welche zeichnung die im speisesaal ich zeig sie dir komm mit ich folge dir das sind dieselben symbole ja vielleicht das wappen der alchemisten hast du den baum gesehen den baum na los hier rüber neugieriger franz komm zurück wo gehst du hin oh sind das deine neuen freunde ja amicia amicia tut mir leid dass ich krank bin nein 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 hör zu wir werden ein heilmittel für dich finden und jetzt haben wir doch auch lukas und meli lukas sie mal die schmetterlinge sieht aus als hätte hier jemand spaß es wird immer größer ja die makula breitet sich in seinem blut aus die bücher besagen dass es mehrere schwellen gibt und der träger bei jeder schwelle gefahr läuft zu sterben wie viel zeit haben wir sehr wenig hugo hat die erste schwelle fast erreicht mein meister und deine mutter wollten den prozess verlangsamen aber wie was haben sie getan sie haben an einem sehr komplexen elixier gearbeitet um ihm zeit zu verschaffen und kannst du es zubereiten mir fehlt ihr wissen doch ihre arbeit basierte auf einem verbotenen buch dem sanguinis itinera mit dem buch könntest du also leider nicht das sanguinis itinera ist gefährlich es ist mit anderen werken im keller der universität eingeschlossen dorthin zu gelangen ist fast unmöglich wenn nicht selbstmord gewöhnlich schon aber wenn wir uns das chaos zunutze machen hätten wir eine chance ich weiß wo das ist in der stadt in der nähe vom gefängnis meines bruders wenn du das riskieren willst helfe ich dir rein zu kommen danke gut ich packe meine sachen komm zu mir nach drinnen wenn du gehen willst in diesem fall braucht ihr ausrüstung ich bereite sie vor Hugo es tut mir leid ich muss weg gehen keine sorge ich bleibe bei Lucas gut ich bin bald zurück Vater Mutter ihr werdet immer bei uns sein was hast du da gefunden hier Johanniskraut es beschützt dich wenn du in die Stadt gehst Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Danke. Okay, schauen wir uns noch mal kurz um. Oh, ein Grab. Die erste dazu nicht zu sagen. Ein Grab. Ein Blick nach draußen. Seid vorsichtig in der Stadt. Dort ist es bestimmt chaotisch als hier. Keine Sorge, wir Mädels können auf uns selbst aufpassen. Davon bin ich überzeugt. Trotzdem viel Glück. Ja, ich hoffe es. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Lorenzius. Okay, mehr kann ich gerade nicht machen. Dann ist es wohl an der Zeit. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hört zu. Eine Sache noch. Lorenzius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei überseht mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung. Werden wir. After how Untertitelung. Druid z out. Das war's. Entschuldigung. Das war's.